Dass man in den Sommerferien schon was arbeiten kann, dass Menschen Beschäftigung haben. Und da haben wir gesagt, das können wir in Berlin gar nicht so gut entscheiden. Das müssen die Länder und die Kommunen gemeinsam machen und dann muss das auch die Reise machen. So versuchen wir mit den verschiedenen Maßnahmen...